Hallo, ich bin Maria und ich bin heute in Hamburg unterwegs für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ich darf Ehrenamtliche aus ganz Deutschland kennenlernen, um mit ihnen über ihr Engagement zu sprechen. Gemeinsam wollen wir mit diesem Projekt das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz stärken und auch euch zeigen, dass jeder Einzelne sich mit seinen Fähigkeiten einbringen kann. Denn egal was du kannst, du kannst helfen. Und jetzt darf ich mit Olaf Mayer-Siebers sprechen vom Deutschen Roten Kreuz. Und mir gerne erst mal erzählen, wie du überhaupt zum Ehrenamt gekommen bist. Ich bin vor ungefähr 16 Jahren darüber gestolpert, dass es in Hamburg ein Kriseninterventionsteam gibt. Und da ich schon vorher nebenberuflich auch mit dem Thema Tod zu tun hatte, nämlich als freier Trauerredner, habe ich gleich gedacht, das finde ich eine unheimlich wichtige, tolle Aufgabe und ich möchte es gerne machen. Beschreib mir gerne mal und erklär mir mal, was deine Aufgabe im Ehrenamt beim Deutschen Roten Kreuz ist. Was wir machen, ist erste Hilfe für die Seele. Das heißt, wir kommen ganz, ganz schnell, nachdem etwas Schlimmes passiert ist, und kümmern uns um Augenzeugen, die zum Beispiel miterlebt haben, dass jemand vor die Bahn gesprungen ist. Oder wir kümmern uns um Angehörige, die von der Polizei die Nachricht bekommen, dass der Papi bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Oder um Menschen, die bei einer Geiselnahme Geiseln waren, denen vielleicht im Endeffekt gar nichts passiert ist, aber die Todesangst ausgestanden haben. Das sind unsere Aufgaben. Welcher Moment in dieser Anfangsphase war für dich wichtig, um zu merken, du bist dort am richtigen Platz? Gerade in der Anfangsphase hat das eine ganze Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich am richtigen Platz bin. Ich erinnere mich an meinen allerersten Einsatz, als die allererste Alarmierung kam. Da saß ich so im Auto, habe total geschlottert und gezittert, hätte gar nicht Auto fahren dürfen eigentlich. Das heißt, ich habe einfach einen riesen Respekt davor gehabt. Der ist auch geblieben. Ich habe eigentlich bei jedem Einsatz vorher großen Respekt und weiß nie, ob ich es wirklich können werde, ob mir etwas Passendes einfällt. Aber nachdem ich das ja jetzt schon ziemlich lange mache, habe ich das Gefühl, anscheinend kann ich es doch ganz gut. Und darauf bin ich auch ein bisschen stolz. Inwiefern ist deine ehrenamtliche Arbeit eine Bereicherung für dein Leben? Oh, da gibt es auch mehrere Aspekte. Ich glaube, ein ganz grundlegender ist, in diesen ja oft ganz dramatischen, schwierigen Situationen, wenn man immer wieder die Erfahrung macht, man kann das zwar nicht wieder gut machen, aber man kann trotzdem konstruktiv was dazu beitragen, und zwar vor allen Dingen im Miteinander, stärkt einen das natürlich für das ganze Leben. Dass man denkt so, okay, was auch immer da auf mich zukommen mag, wir werden gemeinsam schon Lösungen finden. Ich habe aber auch noch ein ganz großes, finde ich, besonderes Geschenk bekommen durch mein Ehrenamt. Ich habe dadurch im Grunde genommen ein bisschen meine Berufung im wahrsten Sinne des Wortes entdeckt. Ich habe nämlich das Glück, dass ich inzwischen auch als hauptamtlicher Referent für das Rote Kreuz hier in Hamburg für das Krisenintervention arbeiten darf. Und das finde ich toll, durch ein Ehrenamt, das ich mehr oder weniger per Zufall irgendwann entdeckt habe. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020